. Wir haben da ganz kurz ein bisschen Profläche, ich benutze es meist gerne, wenn wir den back von Newsline.de da haben wir jetzt noch Häuslö, wo wir mal endlich gehen. Dann kommt der jetzt noch nicht mal eins. Ah! Ah, der Geburtser ist, guck mal, du kommst. Jetzt schließen wir doch wieder die Lücke. So, jetzt würde ich mal sagen, ein Applaus für mich, oder? Der Applaus geht ganz langsam, okay? Das geht nämlich so. Das geht nämlich so. Bis zum nächsten Mal.